Mein Name ist Helmut Fehl, ich arbeite bei Dunlop seit über 16 Jahren. Als Leader-Ingenieur läuft die Entwicklung bei mir zusammen. Als wir erfahren haben, dass wir den Reifen für den besten 911er ever entwickeln sollten, waren wir schon begeistert. Mein Name ist Jan Frank, ich bin seit 30 Jahren bei der Firma Porsche tätig. Wir hatten schon in der Generation 1 Dunlop als Entwicklungspartner. Und so war es eigentlich selbstreden, dass wir in der Generation 2 auch mit dem Partner Dunlop den GT3 II gemacht haben. Der Marien zwischen den C-Penäu Dunlop und der GT3 sind wirklich perfekt. Wir können die Limiten sehr, sehr weit weg pushen. Um den Reifen auf einen neuen Performance-Level zu heben, musste das Grip-Level erhöht werden. Unsere Ingenieure bei Dunlop haben ein neues Reifenprofil entwickelt, das dabei hilft, den Wagen auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten in der Spur zu halten. Wir haben sichergestellt, dass der Reifen sich in jeder Situation präzise kontrollieren lässt. Der Reifen wurde auf verschiedenen Teststrecken geprüft und ausprobiert. Hauptsächlich auf der Nürburgring-Nordschleife oder in der Winterzeit gehen Nardo in den Hallen. Die Resultate waren wirklich positiv. Der Reifen passt perfekt zum GT3. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, dass diese Fahrer mit den Dern-Hop-Level zu heben. Die Dern-Hop-Level erhält eine unglaubliche Performance-Level. Die Dern-Hop-Level. Die Dern-Hop-Level. Die Dern-Hop-Level. Die Dern-Hop-Level.